Hallo, liebe Pokémon-Sau- Wollt ihr mich verarschen? Ah, okay, wir sind noch in der Höhle, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Mann, man, shit MOP, ihr bist echt in der Höhle. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, anhand der Tatsache, dass du einen Schritt gelaufen bist und direkt von einem wilden Zubat angegriffen wurdest. Wäre mir auch fast entgangen. Wir sind in der Fuckhöhle. Bevor ich diese Fuckhöhle verlasse, möchte ich noch kurz den Festivalplaza aufsuchen. Denn ich habe das Gefühl, hier kann ich wieder ein paar Gratis-Level abstauben. Alola, Alola. Und ich hätte gerne ein paar. Sag mir eine Bude, die mir gefallen könnte. Alter, wer bist du? Item allerlei, verzieh dich auf Scheiße. Spricht nicht ganz zu meinen Vorstellungen. Ich drück's mal so aus, was sagst du da? Ahhhh. Okay, wir machen wieder diese lustige Spielerei. Alola. Ich denke, die Lieblingsspielerei von uns allen. Bitte zeig mir, wo wir den Pokémon spielen können. Wilder Pokémon. Ich hab doch keine Ahnung. Ich, 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 ich geh doch nur von den Namen aus. Ich hab doch keine Ahnung, wo die wirklich immer hin müssen. Alola. Hey, du siehst aus wie ich. Zeig mir eine Bude, die dir gefallen könnte. Team Orange, weil deine Augen gelb sind. Wie wär's damit? Ja. Ey, ich wusste es. Acht. Yeah. Wir haben acht geile Fuckmünzen bekommen dafür. Das war's mir vollkommen wert. Geschmackvolle Haarfarbe. Passt zu deinem... Könnte man sagen. Eine Bude, wo ich mir eine Belohnung gönnen kann. Ein richtiger Gönner. In der Sonderküche. Da kannst du dich richtig gönnen, mein Freund. Spricht nicht ganz mit Vorstellungen. Was für ein Haufen Scheiße. Auf jeden Fall. Wir müssen das ja machen, weil hier kann ich... Oh, du bist ja Fan. Der Fan von MMP Männlich. Gern mehr über dich erfahren mit MMP. Gib mir eine mögliche Antwort. Was für eine Persönlichkeit hast du? Ich bin recht unbekümmert. Ich lege Wert aufs Detail. Ich bin recht wankelmütig. Ich bin beharrlich. Verrate ich nicht. Äh... Ich bin recht wankelmütig. Ich weiß nämlich ganz genau... Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wie fern das äh... Was das über mich aussagen soll. Okay, wir haben glaube ich genug Punkte gesammelt. Ich will euch nicht zu sehr langweilen. Gehen wir direkt zur Fuckküche. Wo ist denn meine Fuckküche? Hallo. Fuckküche. Nicht du. Der andere. Ah, ich könnte das ganze aber auch mal wieder hochleveln. Ah, es ist halt nicht so einfach. Imbissbute essen. Geh mir die Scheiße. Sonderfrühstück. Ich mein... Es ist halt... Fucking Sonderfrühstück. Gratis Level-Ups. Bam. Bis sie nach... Bis sie Level 30 sind. Kann ich mir einfach hier jeden Tag drei Gratis Level-Ups holen. Das ist... Das ist absurd. Level von Nosferatus um eins gestiegen. Yay. Für feste Wünsner. Ich möchte bitte noch mehr kaufen. So, jetzt stelle ich mir die Frage. Auf welchen Level entwickelt sich eigentlich Nosferatu? Ich mein Nof-Saratu weiter. Er ist ja Nof-Saratu, nicht Nosferatu. Dann werde ich ja sowas von dem Rahmen falsch schreiben. Jetzt entschuldigt mich mal eben. Ich muss mal kurz... Äh... Nicht googeln. Mhm, mhm, mhm. Schmatz, schlürf, schlürf. Mhm. Auch dir wäre ich sehr dankbar, wenn du mich nicht anbaggern würdest. So. Okay. Ich möchte noch das letzte, äh... Fuck. Sonderfrühstück kaufen. Guck mal, was du füttern willst. Ja, ja. Ich will eigentlich noch nachschauen, auf welchen Level sich Zubat weiterentwickelt. Zubat entwickelt sich auf Level 22 zu einem Golbat. Und dann, wenn es mich ganz so lieb hat, wird es zu einem X-Bat. Das Spat steht für den Po. Aus X-Bat. Steht hier. Komm in die Gold. Wie man so schön zu sagen pflegt. Okay. Hab alle so nachgeschaut. Schmatz, schlürf, schluck. Yay. Level von Nosferatu. Nof-Saratu. Nof-Saratu, nicht Nosferatu. Ist gestiegen. Ich glaube, ich könnte mal wieder... Ja, nimm die Fuckmanzen. Ich könnte mal wieder zu Chris schauen. Chris. Everybody hates Chris. Warum hasst du mich alle? Weil du da auf dem Scheiße bist. Ich habe Level abgekommen. Hab ich gehört. Ich muss gerade schon oft packen. Ich würde gerne eine neue Bude vorstellen. Und zwar eine Souvenirbude. Item allerlei Nummer 1. Meine Unterlagen ist hier betreibe ich übrigens als Punker vermerkt. Okay. Was hast du mit dem Item allerlei... Aufstellen! Oh, jetzt kann ich... Oh, bitte wähle, welche Einrichtung du ersetzen willst. Hohohoho. Wenn es darum geht, dass ich mir aussuchen soll, wer ersetzt werden wird. Da bin ich ein großer Fan. Will am Pokemon? War doch Bullshit mit Horoskop. Ja, weg damit. So, da hat jemand seinen Job verloren. Stolz auf mich. Item allerlei, wie siehst du denn aus? Das soll ein Punk sein. Sieht mir aus wie ein Typ, der nicht bei Team Sky aufgenommen wurde. Auf dem Scheiße. Das soll weiter am Ball. Am... Oh, Pokeball! Ohohohoho. Ey, Chris. Wenn du als Kind vielleicht mal weiter am Ball geblieben wärst, dann wärst du jetzt nicht so fett. Das ist nur eine Vermutung. Das ist nur so... Ich will dich nur in den Raum werfen. Ahja, ja. Festival Tickets. Spektakelspaß. Okay, wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal. Ich will es mir jetzt mal anschauen. Grundkurs japanisch. Typenkontor. Finde ich Spieler, die den Typ normal mögen. Oh, das ist Spentakel veranstalten. Spentakel teilnehmen. Liste wurde aktualisiert. Wow! Wow! So viel! Und ich würde gerne Leute finden, die mit mir Japanisch lernen wollen. Aber tut mir leid. Mein, äh... Mein Naruto-Fan-Club-Ausflug, der ist jetzt nächste Woche. Insofern, nein. Wo bekommst du was zum Essen? In der verdammten Sonderküche! Das passt doch. Und... Vier Fuck-Münzen. Dankeschön. Ich muss ein bisschen... Ey, wir haben Rang 5 erreicht. Deswegen muss ich da ein bisschen was machen, damit das Festival Plaza sich weiterentwickeln kann. Vielleicht sollte ich sowas am Ende des Parts immer machen. Ah, Souvenirbruder-Item allerlei. Was hast du denn? Yoto-Souvenir? Warte, warte, von dem hatten wir doch schon mal Zeichen zweiten von denen. Okay, wisst ihr was? Ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt! Scheiße, zieh ich mir nicht... Oh Gott! Das ist ein Thema, die scheiße jetzt nicht mehr nicht weiter rein. Lauf, 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 lauf! Yes! Wir wurden von keinem Zubatt angegriffen. Was für ein guter Tag für mich. Hallo! Bro! Hallo! Ich geh jetzt wieder. Käpt'n in Lima! Auf den Inseln der Aluna-Region wirst du immer wieder mal auf einen Barriere-Schluss. Man zeichnet sie auch als Barriere des Käpt'ns. Aha. Und hinter einer solchen Barriere tummeln sich lauter ziemlich starke Pokémon. Ist man mit einem starken Trainer unterwegs, darf man sie auch ohne weiteres passieren. Ja, wer gerade auf Inselwanderschaft ist, muss erst die entsprechende Prüfung wissen, bevor er schließlich Barrieren darf. Aha. Du hast es verstanden. Dann sehe zu und bestaune die Zauberkräfte von Käpt'n in Lima. Aha. Du hast es also massiert und dann ist es aufgegangen. Cool. Cool. Voila! Und schon ist sie weiter ein bisschen größer geworden. Hier auf Super Smash Bros. Mini bin ich der einzige Käpt'n. Sprich, es gibt hier auch nur eine Prüfung. Dass du Minselkönig Hala Bescheid sei, dass du die Prüfung hier gemeistert hast. Oh. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hallo. Ja, ich sehe dich. Hi. Der volle Jutja drüben winkt gehört zu mir, glaube ich. Oh, er war pibendlich. Lieberes Gesicht nach zuurteilen hast du deine erste Prüfung wohl bestanden. Das schreit nach einer Belohnung. Ich hab's. Ich erkläre dir jetzt in meiner schönsten Säuse Stimme die Z-Kraft. Wähle zunächst das Z-Kristall in deiner Z-Kristalltasche aus. Wähle dieses Z-Kristalltasche aus. Das ist Pokémon. Der auswültige Z-Kristall zeigt Wirkung, wenn du einen Pokémon Attack des selben Typs hast. Gibst du einen Pokémon ein Z-Kristall zum Tragen, kannst du im Kampf die Z-Kraft einsetzen. Z-Kristalle werden übrigens nicht verbraucht. Du kannst sie beliebig oft einsetzen. Cool. Schon mehr Gutsu. Ja. Ich schau dir gut zu. Oh, was? Ein wildes Swarm bekommst du ein wildes Focano? Warum hast du schon Wuffels? Warum hast du so coole Pokémon überall? Focano ist echt scheiße im Vergleich zu Wuffels. Können wir darüber reden? Das sieht insgesamt dieses Spiel echt dümmlich aus. Nur zu... Ja, ja. Z-Kraft einsetzen. Ja, da ist ein fetter Button. Okay, ja. Hypersprintangriff oder Z-Silberblick? Mann, der Z-Silberblick. Den könnte ich ja... Den bekomme ich ja gar nicht genug. Das ist die Bullshit-Pose. Wuffels hüllt sich in Z-Kraft. Und Wuffels macht einen Hypersprintangriff. Okay. Es hat keine Laufanimation, weil es so schnell ist. Die brauchen wir gar nicht. Machen wir einfach Rauchwolken drüber. Es bemerkt da niemand. Ah. Cool. Es war... Was sollte die Scheiße? Apu! Durch die Zeitkraft überträgt der Trainer sein Gefühl und Gedanke auf seinen Pokémon. Und das lautet ganz schön aus. Deswegen kann man sie nur einmal pro Kopf einsetzen. Mehr geht einfach nicht. Es ist alles, was sie durch den Herzlich-Professor. Oh, Schreck! Das hat sich beinahe vergessen. Ich habe Leliofrute 3 aus den Augen verloren. Willst du sie bitte für mich suchen? Geht MOP-Bandlich? Dann bin ich ja nicht. Dann werde ich zur Sicherheit doch mal in der Höhle nachsehen. Richtig. Wir sollten uns aufteilen und nachher suchen. Aufteilen finde ich gut. Hier geht es irgendwo hin und ich gehe woanders hin. Das ist die Aufteilung, auf die ich Lust hätte. Das ist die Aufteilung, auf die ich Lust hätte. Und sag mal, da war gerade so links von dem Bild eine Frau zu sehen. Und bei der wundere ich mich, ob nicht vielleicht jemand vergessen hat, dem 3D-Model wirklich das anders zu positionieren. Wobei, die Arme sind nicht komplett oben. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Die Arme sollte vielleicht etwas näher am Körper sein. Aber egal. Das weiß eh keiner, was ich meine. Ahja. Y. Werde ich mich irgendwann daran gewöhnen? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. So. Ropadane. Ich würde gerne sehen, dass du dich weiterentwickelst demnächst. Also, arbeite daran. Level 16 könntest du dich vielleicht schon entwickeln, wenn ich ganz viel Glück habe. Wenn ich ganz viel Glück habe. Wer wird sich auf Level 16 weiterentwickeln? Welch glücklicher glücklicher Gluckspilz ich dann wäre? Route 3. Hier gibt es irgendwo scheinbar einen Trainer, der ziemlich eckig ist. Da war irgendwas süßes. Ist das ein Wuffels? Warte. Was? 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 Als ich auf einen sich bewegenden Schatten trat, schütze ich auf einmal ein Vogelpokémon auf mich. Ein Glück, dass es so süß war. Ich will kein Vogelpokémon. Okay. Wir halten uns von den Schatten fern. Wir wollen nur ein Swirlgras. Einen Pokémon können wir hier faggen. Komm schon. Okay. Okay. Was bekommen wir? Wir bekommen ein... Was soll ich mit einem beschissenen Habitack? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Was soll ich damit? Flinklauer, Wasserdüse. Wie, du überlebst die Wasserdüse nicht. Oh Junge, du hast überlebt. Wie schön. Das heißt, ich kann dich wirklich fangen. Oh Mann. Ein Habitack. Noch ein Flugpokémon. Davon habe ich ja mehr gebraucht. Ich dachte mir schon die ganze Zeit. Ich glaube, zwei Flugpokémon sind ein bisschen wenig. Ich wünschte, ich hätte noch ein paar mehr. Und da haben wir es schon. Oh Mann. Im ersten Ball drin geblieben. Wie glücklich für mich. Bald bin ich froh, dass ich ein Habitack gefunden habe. Und gefangen. Gott, Habitack mit ausgestreckten Flügeln. Das sieht seltsam aus. Das habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Yay. Es kann nicht gut fliegen, da seine Flügel sehr kurz sind. Es rennt wild durchs hohe Gras, um Käfer-Pokémon aufzupicken. Es frisst Käfer-Pokémon. Du Monster! Habitack. Spitznam geben? Ja. Wie nennen wir es denn? Er hat einen braunen Kopf. Das ist ein Fuck-Vogel. Ein Fuck-Vogel nennen wir einfach ein... Vogel. Das ist ein Vogel. Mit einem F. Weil es ein Fuck-Vogel ist. Versteht ihr? Vogel. Oh man. Neues Teammitglied. Da freue ich mich aber. Ich werde nicht meinen Blick riskieren, weil es mir so egal ist. Da ist wieder Z-Kristall. Ist mir einfach so egal. Und Trainer. Hallo. Wer bist du denn? Weißt du, dass nicht nur Pokémon-Typen zugeertet werden, sondern auch Attacken? Was? Attacken können von verschiedenen Typen sein? Ich spiele das Spiel jetzt seit 4 Stunden oder so. Und ich hatte keine Ahnung. Fuckin' Limineep. Fuck. Ropanane setze ich ein. Das ist ja kein guter Gegner für Pflanzen-Pokémon. Lass mich das gesagt sein. Das ist kein guter Gegner dafür. Äh. Wer setzt Pepe ein? Pepe ist ein Einzelgegner dafür. Zubat leider nicht. Ich meine Nos... Nofzeratu. Da Nofzeratu leider nur einen Pflanzenangriff und einen nutzlosen Geistangriff beherrscht. Fuckin' Megasorger. Ich hoffe, das ist ein Volltreffer. Friss den Schnabel! Du hast voll weggeschnabelt, Limineep. Das macht noch mal ein Megasorger. Der macht mehr Schaden, als er eigentlich machen sollte, der Megasorger. Möchte ich mal anmerken. Ist fuckteil. So, wir sollten aber aufpassen. Ich habe nämlich gehört, dass in Sachen, wo ich von Anfang an gewarnt wurde, dass hier auf Route 3, dass es einen ekligen Trainer geben soll. Wobei ich mir unsicher bin, inwiefern die für mich überhaupt Problem werden können, da meine Pokémon relativ gut gelevelt sind. Mein Typ Verlierer. Ja. Endlich siehst du es ein. War nicht so schwer herauszufinden. Ist ja so der Verlierer-Typ. Ist okay. Wir alle brauchen einen Verlierer, damit Gewinner wie ich sich besser fühlen können. Und ich fühle mich in einer Gegenwart sehr viel besser, weil du ein Verlierer bist. Uh, Hackattack. 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 Hackattack würde ich doch mit Vergnügen an meinen Pepe weitergeben, wenn seine Flugangriffe ein bisschen stärker werden. Und so bekommen wir langsam mehr und mehr halbwegs akzeptable Items. So, was kommt da vom Himmel? Er hat gesagt, dass es süß war, der eine Typ. Es ist nicht wirklich süß. Oh shit, ist das süß. Mann. Das ist auch ein Habitat. Wollt ihr mich verarschen? Hier bekommt man nur Habitat. Kann das sein? Das hier ist das Habitatgebiet. Das sehe ich schon. Das sehe ich schon. Und dieses Habitat ist sogar so schnell, dass es mir unmöglich ist, vor ihm zu fliehen. Lauf, Ropanade! Lauf! Na ja, gut. Ich sehe jetzt auch nicht inwiefern ein Pokémon wie Ropanade vor dem Habitat wegrennen kann. Das ist eine Sache, die nicht passiert. Super Smash Bros im Blumenmeer. Tanzparadies für Choreoge. Ah, da will ich noch nicht hin. Doch, will ich. Da unten rechts geht zwar nicht mehr viel weiter. Also auf der Karte da rechts. Aber jetzt noch ein Stück weit weiter. Deswegen gehen wir noch später hin. Oh, Lilly am Blumenmeer. Mann, wie klischeehaft. Hallo. Ich habe da einen Ropi gehört. Wölkchen, was machst du denn? Komm zurück. Äh, Mopi männlich. Welch geht es gerade auf und davon? Einfach ab durch die Blumen hier. Oh nein. Du Monster. Kannst du es wagen, Wölkchen. Einfach so weg. Oh Gott, Lilly, du bist viel zu traurig. Das obwohl es gerade erst dieses furchtbare Erlebnis auf der Brücke hatte. Was wenn ein Willis-Pogmon auftaucht und es angreift? Das wäre erst noch gar keine Attacke, um sich zu wehren. Sehr gut. Ruhige dich. Ich geh jetzt erstmal Willis-Pogmon den Blumenmeer fangen. Und zwar fangen wir ein. 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 Oh shit, ein Choreoge. Das ist... Flug-Pogmon. In diesem Punkt machen die es doch mit Absicht, oder? Das kann doch nicht mehr aus Versehen passieren, dass ich wirklich nur noch Flug-Pogmon bekomme. Das ist ein... Fuck. Aquakfaknarre wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich Turbo und äh... Ding jetzt... Wasserdüse machen. Ah... Choreoge. Du bist nicht das Pokémon gegen das ich... Äh... Das ich haben wollte, tatsächlich. Aber vermutlich war es das Tanzparadies für Choreoge, weil hier viele Choreoge leben. Mann, bist du stark. Und es ruft um Hilfe. Keine Hilfe aufgetaucht. Versager-Pokémon. Ich mein, oh nein. Es tut mir aber leid für dich. Niemand mag dich, Choreoge. Kannst du noch so sehr um Hilfe rufen. Niemand wird dich retten. Fuck! Es wurde soeben gerettet. Und das wiederum bedeutet, ich kann... Das gerettet wurde, bedeutet, ich kann das andere jetzt wieder nicht fangen. Aber hey, die Flinkklaube leistet dafür einen 1A-Job. Rechte Hand ist... Ein Klatschen. Ha. Interessant. Fund. Au. Rechte Hand ist auch so ein Angriff, wo ich mir nie wirklich vorstellen konnte, wie der wirklich... aussehen soll, wenn man ihn so animiert. Jetzt habe ich es gesehen. Wahnsinnig aufregend. Au. Hör auf damit. Frissi Aqua Knarre! Piuuuuum! Fuck! Fuck! Ihr Fuckfiecher haltet so viel aus. Gehen wir zu... Wissen wir was? Gehen wir zu Poffeltoff. Poffeltoff? Beherrscht nämlich Elektroangriffe. Und die Elektroangriffe sollten relativ gut sein gegen Flug-Pokémon. Außer ihr seid Flugpflanze oder so. Seid ihr Flugpflanze? Oh Gott! Sie werden... Poffeltoff umbringen. Wir machen zu viel Schaden an Poffeltoff. Rückzug! Pepe! Du bist dran! Du bist Pepe! Oh Gott! Eins gegen zwei Pokémon. Das ist äh... Das ist eine relativ nervige Situation tatsächlich. Eine unerwartet nervige. Au! Ja hier macht er nicht mehr ganz so viel Schaden. Was wenn du Schnabel machst? Seid ihr vom Typ Pflanze oder... Ihr seid nicht vom Typ Pflanze. Wenn ihr vom Typ Pflanze gewesen wärt, dann wäre ja... Ach ernsthaft, was? Nicht... Flug ist nicht sehr effektiv. Was seid ihr denn? Ich verstehe es nicht. Oh ich bin so verwirrt und der kann mich wütend und traurig und nervig. Und müde. Er nervt mich. Kann ja nicht einfach zu Ende sein. Hört auf rechte Hand zu machen. Fucking Choreoge. Fuck Viecher. Und seid ihr überhaupt Cheerleader? Von anderen... Es gibt die auf allen möglichen Inseln und die basieren dann immer auf irgendwelchen Tänzen. Was wir hier haben ist natürlich äh... Erstmal eine kaputte Framerate und zum anderen... Warte Widerhall ist das nicht. Ja mach mir Widerhall. Was wir haben ist dann einfach nur Cheerleader. Weil was soll jetzt für ein Tanz sein? Fuck. Sterbt. Ich hab keine Lust mehr auf euch. Und diese Framerate hier... Bin ich kein Fan von. Na die Scheiße weg. Stirb. So jetzt hätten wir es aber down bekommen. Und das wiederum bedeutet ich kann dann Pokéball auf das andere werfen. Und dann im Idealfall... Kann ich's fangen. Und wenn ich's fangen kann dann kann ich sagen... Oh shit ich hab ein Choreoge. Das hab ich mir gewünscht. Fuck gibt ja viel Erfahrungspunkte. Oh ich könnte mal richtig gut trainieren. Verdammte Scheiße. Oh mein Pepe kein Level abbekommen. Ihm fehlt doch so gut wie nichts mehr. Merck mich doch. Wir machen Superball. Superball auf Choreoge. Flieg! Fangen wir das Flug-Pokémon. Das ich total haben will. Choreoge. Oh mein neuer Favorit. Das hätte ich gerne. Oh wie schön. Find ich ja gut dass ich die Pokémon die ich unbedingt haben will. Dass ich die immer direkt mit dem ersten Ball fange. Das erfüllt mein Herz mit Freude. Wahnsinn. Level 16 für Pepe. Okay. Das erfüllt mein Herz auch mit Freude. Pflücker! Ist Pflücker nicht der größte Bullshit-Angriff von allen? Aber wenn der Pick das Ziel nimmt, die Bäre falls das... Oh. Oh doch ne. Das ist ein akzeptabler Angriff. Ist auf jeden Fall besser als Schnabel. Wundervoll. Ist ein gutes Stück besser. Ist fast doppelt so stark. Pflücker! Oder wirkt Pflücker nur dann wenn der Gegner eine Bäre trägt. Falls ja dann bin ich am Arsch. Ey! Flügelschlag! Ja ey wie wärs... Alter. Warum hast du schon vier Angriffe? Ach. Fucking Vogel. Ich wollte aber auch noch die Spitznamen für Kuri Orgel. Oh. 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 Robbanane entwickelt sich. Oh mein Gott. Okay. Wisst ihr was? Tatsache dass Robbanane sich weiterentwickelt, das gleicht alles wieder aus. Das macht alles wieder gut. Robbanane. Wer denn zu einem Held? Aber du bist männlich. Ich mein. Ich will ja nicht sagen, dass... Ich will ja keine Seriotypen fördern und sagen, dass sich jeder... Dass sich jedes Geschlecht einer gewissen Kleiderordnung unterzuordnen hat. Aber... Es fällt mir schwer, nicht zu erkennen, dass du... Fuck. Das ist viel weiblicher. Geht's gar nicht mehr. Oh Gott. Das ist Marikeck. Kek. Was kann Marikeck so? Dieser begnadete Tänzer zeigt beim Tanzen eine Wasserblase nach der anderen und greift damit seine Feinde an. Okay. Mach Pose. Yay. Klatsch. Klatsch. Danach freut sie sich. Yay. Auf dich zu freuen. Seid nicht so scheiß fröhlich. Ich bin auch nicht fröhlich über dich. Oh, Choreoge. Oh Junge. Registriert. Uh. 8% von Mele Mele Decks. Ein Choreoge, das gelben Nektar geschlürft hat. Mit seinem heiteren Tanz kann es selbst die Herzen sein Gegner mit Wolle erfüllen. Mein Herz hat's nicht mit Wolle erfüllt. Fuck. Wie nenne ich dich? Äh. Du bist Cheerleader. Kann ich dich? Passt es hin, wenn ich dich? Äh. Fuck. Ich wollte es Abschlussball nennen, weil es ein Cheerleader ist. Das schien mir relativ passend zu sein. Ich nenne dich einfach. Äh. Keine Ahnung, das ist ein Choreoge. Also nennen wir dich einfach Urge. So, wir haben jetzt in meinem Team ein Flug-Pokémon namens Vogel mit einem F und eins namens Ogel. Wahnsinn. Kann ich bitte noch mehr Flug-Pokémon haben? Ich bin da richtig begeistert von. Seht's euch an, wir haben Ogel und Vogel. Wahnsinn. Verteidigung hoch, Angriff runter. Du bist auch Verteidigungstyp. Von welchem Typ bist du eigentlich? Elektron-Pokémon. Elektro-Pokémon habe ich aber auch schon. Warum hast du keine Elektro-Angriffe? Habitak ist Initiative hoch, Angriff runter. Wahnsinn. Angriff runter. Das ist äh. Spektakulär für einen Habitak. Ach. Ne. Ne, das äh. Ne. Ne, ne, ne. Meine Ausbeute mit den neuen Pokémon ist aktuell. Die ist nicht gut. Bin ich nicht zu 100% zufrieden damit, ehrlich gesagt. Hätte ich mir mehr erhofft. Aber okay. Ein Netzball. Huh. Kümmern wir uns erstmal um ein Wölkchen. Hallo, hast du Wölkchen gesehen? Meine Freundin ist schon wieder einfach so verschwunden. Hier ist wohl der Typ Mensch, der einfach drauf losrennt, wenn er etwas Interessantes entdeckt. Ist sie das wohl? Scheint sie gut zu kennen, wenn du das noch nicht weißt. Und ich glaube das Interessante, was sie entdeckt hat, waren irgendwelche Blumen. Und hier sind tatsächlich ziemlich viele. Und ich wäre auch gerne in diesem Blumenmeer. Wahnsinn. Ach. Seht ihr denn drauf? Hier wäre er akzeptabel gewesen. Hätte ich so eine Smetball gemacht. Und dann wäre es zwar auch scheiße. Aber es wäre auch wieder vom Typ Flug gewesen. Es wäre ein Käferflug. Könnt ihr mal aufhören mit dem Flug-Pokémon? Oh. Und natürlich doch dann wieder Choreoge auf. Dir habe ich gar nicht mehr überhaupt irgendwas zu sagen. Leck mich Choreoge. Ich gehe jetzt. Du bist auch noch männlich. Fuck. Mach doch einen Choreoge-Fanclub mit Rob-Banane auf. Oh. Hallo. Es geht ab. Piu, 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 Piu. Piu. Du bist mir vielleicht eins. Piu, 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 Piu. Danke aber auch wie männlich. Und deine, was? Deine Marikeck werde ich wohl auch danken. Warte, ich möchte ja weniger kenntlich zeigen. Ja. Piu, 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 Piu. Nur weil hier nicht so viele Menschen sind, kannst du nicht gleich herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher schon Sorgen. Ich bin der Professor und ich mache mir große Sorgen. Oh, mein besser Freund. Hey, er muss wie männlich. Oh, Lilly ist auch mit dir unterwegs. Was machst du hier, Tali? Naja, ich habe den Prüfung gestanden. Hey, er muss wie männlich. Ich werde herausfinden, ob du, äh, ob ich die Prüfung stärker gemacht hast. Oder dazu müssen wir kämpfen. Okay, cool. Dann kämpfen wir jetzt gegen Tali. Ja, gut. Dann kann ich wenigstens, äh, die zersplitterte Hoffnung in seinen Augen sehen, wenn er verloren hat. Und dann setzt ein Pikachu ein. Ein Pikachu. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, äh, ob ihr euch noch erinnert, aber Pikachu ist eventuell eins der Pokémon, die mir gewaltige Probleme machen. Aber, MOP, warum macht der Pikachu so gewaltige Probleme? Weil das verfickt doch mal sehr effektiv auf mein gesamtes Team ist. Warum kann das Elektro fallen? Bitter Kuss. Wir versuchen es auf ein neues. Du bekommst einen bitteren Kuss von Pikachu. Und der wird dich ziemlich verwirren, weil du denkst, oh shit, Apichus ist noch ein Baby. Warum, warum fühle ich mich nur so erregt von diesem Kuss? Das ist, weil, das liegt daran, dass du ein krankes, krankes Pokémon bist, das eigentlich nicht so der Öffentlichkeit herumlaufen sollte, Pikachu. Tali, würdest du bitte deinen Pokémon wieder zurückziehen und mit ihm mal in Behandlung gehen? Weil es krank ist. Nein, das setzt Kameradschaft ein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ah, okay, Leute. Es wird ein langer Kampf jetzt. Da wird ein sehr, sehr langer Kampf. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Donnershock. Tchuuu. Wir haben ein Viertel. Ah, was ist denn euer Lieblings-Pikachu? Mein Lieblings-Pikachu ist, äh, Strubbelohr-Pikachu. Nein, nein. Warte, mir fällt noch ein besseres ein. Mein Lieblings-Pikachu ist, äh, das Pikachu, das in der Serie, als es dir eine Kugel mit der man Kyoki kontrolliert oder so absorbiert hat und dann zu nem Prime Pikachu wurde. Das war super stark. Das war dann so, Pikaaaaa. Und dann hat so Elektrostrahlen aus seinen Wangen verschossen. Ich weiß, crazy Konzept. Können wir diesen Kampf jetzt bitte zu Ende bringen? Ach, er ist wieder ein Trank ein. In dem Fall reicht sogar ein normaler Trank, weil Popul-Toff so oder so kaum KP hat. Gott, ich liebe es, gegen Pikachu zu kämpfen. Ich hoffe, ich werde im Laufe des Spiels mit genau dem Team, das ich jetzt habe, noch gegen mehrere Pikachus kämpfen. Das wäre ein wahrer Traum für mich. Donnerschock! Aber ich wäre es nicht verkehrt, wenn ich Charme einsetzen würde. Piu! So, Charme. Weh, du bringst mich jetzt um. Ja, danke schön. So, Charme sollte ungefähr dein Angriff halbieren. Das heißt, du machst mir nur 5 Kp Schaden und dann sollten wir das Ganze mehr oder weniger relativ geklärt haben. Diese Situation mit dem Pikachu, die überhaupt nicht nervig wurde. Mann, überhaupt nicht. Kein bisschen. Au. Ja, Ruckzuck, ich mache so gut wie keinen Schaden mehr. Dann kann ich bitte meinen Donnerschock einsetzen. Du fuck Pikachu. Ich wäre auch ein Pikachu. Poffeltoff ist so schwach. Warum kann dein Zeich überhaupt sowas wie Elektroball? Es ist übrigens unglaublich verwirrend im Kontext eines Pokémon-Videos das Wort Elektroball zu verwenden. Weil Elektroball war immer das, was Leute gesagt haben zu Elektroball, wenn sie nicht wirklich wussten, wie man es ausspricht. Mann, das ist aber ein Elektroball. Nein, das heißt Elektroball. Jetzt sage ich Elektroball und das ist scheiß verwirrend. Ein Flamiau. Flamiau dagegen habe ich was. Nämlich Rob-Banane. Rob-Banane? Das wird dein erster richtiger Einsatz im Kampf. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Flamiau. Hallo, Flamiau-tastisches Pokémon. Wie wäre es mit einer Aquaknarre? Hey, Erstschlag und... Ha, nassgespuckt und tot. Wundervoll. Dramatischer Kampf. Vogel erreicht Level 12. Oh Mann, dabei hätte ich dir so gerne in den Zeich, was mein Pokémon sonst noch alles drauf haben. Das habe ich gesehen. Der Pikachu war eine... Ach, war eine Zubutung. Eine Zubutung war das. Wir haben beide den Herrscher und besiegt MOP-Männlich. Wir sind also ziemlich stark. Ich frage mich aber trotzdem, ob ich jemals gegen OP gewinnen werde. Ha, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, MOP-Männlich. Danke, dass du Lilly gefunden hast. Und dir gratuliere ich natürlich zu deinem Erstbestand der Prüfung, Tani. Bestimmt hast du noch ein paar Feinattacken vom Stapel gelassen, nicht wahr? Äh, klar. Sicher räumt sich Hanna, jetzt verfreut er auch schon die Hände. Wie meint sie das? Naja, das gehört auch zur Prüfung. Wer in der Prüfung einer Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. Inselkönig in den Pokémon-Kampf antreten. Ja, so ist das. Und den Kampf gegen einen Inselkönig oder eine Inselkönigin nennt man dann die große Prüfung. Müssten wir hier wirklich so politisch korrekt sein und die ganze Zeit sagen Inselkönig oder Inselkönigin? Der geht mir voll auf den Sack. Für jemand wie mich der Pokémon-Attacke am Vorstell... könnte es keine bessere Gelegenheit geben heftige Pokémon-Kämpfe mitzuerleben. Echt? Das ist... Äh, Echt so heftig? Lassen wir doch Taten sprechen. Nichts wie auf nach Lilii. Der Rückenwind wird uns voll helfen. Ja, verzieht euch alle. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, was es alles in Lilii zu sehen gibt, dann sehen wir dann beim nächsten Mal. Im nächsten bezaubernden Part. Bis dann. Gute Nacht. Bis dann. T Hooks,